So, da sind wir wieder. Muss ich mir nochmal entschuldigen für die Sound-Probleme beim letzten Mal. Ist mir gar nicht irgendwie aufgefallen. Ähm. Aber das Ganze. Sollte nun behoben sein. Ja, mal gucken, wo wir gespawnt sind. Gerade hier in so einem scheiß Mammutgebiet. Ähm. Mal gucken. Was wir hier so am besten machen jetzt. Handwerk, können wir was? Ähm. Jägergürtel. Okay, könnten sechs fallen. Aber ich glaube, die Mammut-Hot können wir später noch ein bisschen besser verwenden. Als... Ja. Das sind die Waffen zu stecken. Äh. Ich wollte, was wir jetzt am besten machen. Ähm. Lagerraubterrorode, die die Wendia bedrohen. Naja, dann machen wir das doch direkt mal. Ich hoffe, man hört meinen Tassen so nicht allzu laut. Nämlich ich trocken neu angeschafft. Aber mal gucken. Wird schon gehen. Wird schon gehen. Ich würde hier reden. Jetzt aber. Wenige fangen mit Steinhütten. Der E-T-Li-I-T-Zila. Ja. Hm. Da muss ich wohin? noch sehe ich keinen wegpunkt nur mammut immer wieder rufen den bären brauchen wir jetzt erstmal nicht weiter stehen geht doch Geht doch, geht doch. Huh? Dennenkopf. Nee. Oh, ich sehe, da hat immer auch keinen Wegpunkt irgendwie. Will das so sein? Nein. Jetzt. Der Schöpze, die Wände dazu müssen, dass man hier hochkommt. Hallo? So, geht doch. Oh, mal gucken, was jetzt hier abgeht. Ich dachte, irgendwas mit Wilf oder so. Oh, naja. Oh, theoretisch erstmal nichts machen. Hallo. Da hin. Keine Ahnung, wo der Hände da schon sein Befehl bekommen. Und ist das überhaupt das Gebiet, was ich machen soll? Hm, weiß gar nicht. Der Typ da oben geht mir auf den Sack. Ich bin doch nämlich so ein bisschen... ...eine Beste. Ah. Ach hier. Da unten kommt was oder wie. 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 Da rennt doch mal nicht. Ja. Und ich bin doch gar nicht. Ja. Ich bin doch gar nicht. Ja. 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 wird hier noch irgendwie was er hat den wasserfall runter auf war auf war die steiligern er kann das machen Das war jetzt aber glaube ich nicht, die müssen wir nicht machen sollte Nee, glaub nicht Das ist gar niemals in dem die Missionen, oder? Der war ja irgendwas mit Höhle und so Oh, der Typ ist auch schon wieder weg Ich will ja nicht mit uns reden Hier ist halt nirgends irgendwie Keine Ahnung, wie echt war das Team ist Bollwerk Sehr, sehr schwer Das ist Bollwerk hier, Uterm Heimat Ich weiß nicht, ich hab irgendwie Bock das zu probieren Geht zwar die Folge wieder etwas länger Das ist ja wieder hier, wo der nicht hochkommt War Wo sie mir ja wieder Ähm Beziehungsweise, ich glaube, er kommt da hoch So, ich hör schon wieder Gegner So, ich hör schon wieder Gegner Was ist denn mit dir los? Das war schon Und das war ein Braundeer? Ah ja Kann ich nicht durch sie Ah ja Dann halt der Braunebär Gut Gut Ja Wölfe Wollen wir auch ein weißer Wölfe Wölfe Aber auch ein weißer Wölfe 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 So Ganze Das Mammut und dann werden angegriffen aber wenn es so anhört ist das irgendwo hier oben obwohl ich keine Aufgabe im Kartenmenü habe egal wir ziehen weiter sie machen in dem es soll nicht ganz verstanden irgendwie ich habe ich bin mögliche Markierung dafür und ich bleibe nur blind kriege ich auch nötig das ist schon ein Vorposten hier ich mache schon Schweine ich glaube der hat keine Ahnung alarmiert glaube ich hoffe ich die verziehen sich schon ich weiß nicht die bleiben nie so neulich lange ich habe wieder Wolfsfall gebrauchen glaube ich aber nicht sicher ich glaube Wolfsjagd gehen ja jetzt voll aber was ist denn das für ein Vorposten wo nur zwei Leute sind jetzt nehmen wir jetzt nicht mal offiziell als ähm Vorposten gekennzeichnet aber sieht zumindest so aus wir sind auf jeden Fall glaube ich ähm ja da oben ist einer vier vier sind vier oder irgendwas ausgelöst Ich glaube wir haben doch schon mit der Mission jetzt halb angefangen. Jetzt die Frage von wo die alle kommen. Ich glaube das ist der Weg da hoch. Ja oder ich wollte dich ja eigentlich nie töten aber. Ah ja gut. Die Frauen sind halt wirklich oder viele sind neutral sagen wir das mal so. Oh. Komm zurück man. Der braucht jetzt schon Heilung. Komm jetzt. Ich muss jetzt nicht ins Gefecht da gehen. Sinnlos. Klasse erstmal bis zum Kumpen. Geh mit ihrer scheiß Bombe alter irgendwie. Kopfschutz gefressen ist direkt vom, weg vom Fenster. Geh mit seiner scheiß Bombe alter. Geh mit seiner scheiß Bombe alter. Hetzel. Geh mit seiner Scheiß Bombe alter. Geh mit einer scheiß Bombe alter. Aber ähm, nicht so gegen Pfeile, nicht so gegen Kopfschüsse. Wenn man in den Kopf treffen würde. Zurück. Oh, ich glaube wir sind schon so halb im Level zu uns drinnen. Ich gerne mal gucken, werdet ihr jetzt hier so kommen. Ich will da nicht reiten, hallo. Runter. Aber wie weit wir uns hier voll lassen, oder wir haben viel Gegner erledigen müssen, um erstmal in die Nähe des Vollwerks zu kommen. Ich bin da nicht mehr in die Nähe des Vollwerks zu kommen. Nö, das ist schon gut. Nö, ich bin da nicht so gut. Nö, ich bin da nicht so gut. Nö, ich bin da nicht so gut. Ähm, heilen. Die sind so gut, wir rennen zum Glück nicht so schnell. und und noch mit diesem was anderes ein doch Nein. Bleib. No. Oh, ich dachte schon, das wäre nicht so schlimm gewesen. Wir können ja... Ganz einfach. Wiederbeleben. Haben wir jetzt erstmal... Wenn ja. Vermutlich mal, die Brennchen wieder. Wir haben da nur noch 11 h. Man muss doch, glaub ich, sammeln. Das kann reichen. Oh, hol ich schon. Oh, lief schon. Nee. Warum ist denn da Schechs Mammut? Mammut. Mammut. Nee. Warum sind dann Mammuts? Das sollte aber so nicht laufen. Ja, Wincher, ja. Ja, Wincher, ja. Das sieht doch hier. Könnte mir gar nichts. Ah, wir sind jetzt halt schon... Na ja. Wir machen ein bisschen länger. Hey, sind halt die Mammuts, ey. Das ist auch... Na egal. Wir warten jetzt für meinen Weg. Na ja. Noch schon. Einmal da lang, genau. Ich weiß nicht, ob das... Mal gucken. Vielleicht kriegen wir unterwegs irgendwie noch ein bisschen... Nachschub... Nachschub... Noch so ein... Ah, das ist das Bollwerk. Gut. Ähm... Das machen wir wirklich beim nächsten Mal. Haut rein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.